hallo und willkommen zu einer neuen folge fort mit mir den hero crafter a.k.a. max a.k.a. hüft ja ich bin jetzt auch dabei leute heute leute ist tag der tage ich habe es endlich fast mal bald geschafft elite zu werden ich bin jetzt da war ich vorher jetzt bin ich wieder hier tatsächlich das kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an ist aber nur mal so leute heute kann was richtig nice ist in den item shop ein richtig geiler gleiter den ich mir instinkt geholt habe außerdem zwei neue emotes das habe ich mir geholt richtig nice das ist so ja liebst mich liebst du mich nicht ding zum beispiel traurig liebe ich traurig und dann kommt so ein trauriges gebrochenes herz oder es kann halt liebe bedeuten wenn du zum beispiel so jetzt wieder er liebt mich er liebt mich nicht oder sie liebt mich er liebt mich es war ja wie auch immer ihr kennt das ich hoffe ich zeige es auch mal warte mal da glücklich jetzt ist sie glücklich und verliebt richtig nice ist die mode hier ist auch noch mal eins kann ich aber nicht zu viel abspielen wie gesagt das fühle ich nicht so dann gab es wieder dieses paket ist auch wieder drin aber hier ein richtiges spinnpaket von cypherpk og spinnpaket richtig nice habe ich mir natürlich gleich geholt allein nur wegen diesen hänge gleiter ist richtig nice das gefällt mir mega und die spitzhack ist an sich auch ganz cool eigentlich aber wie gesagt ich bin da richtig auf diese diesen hänge leider ich weiß nicht der gibt mir richtig gute vibes sonst ist nur mal hier noch mal ein spinnpaket drin aber das fühle ich nicht so aber ist egal leute es hat sich eigentlich nichts getan ich hoffe ich geht es gut mir ist auf jeden fall gut und ja meine wibach sind jetzt wieder auf 200 runter und ich bin ein bisschen zählt leute ist aber egal in diesen leute am freitag am samstag ist kurz live event ihr wisst bescheid da stream wir auch und in denen sind leute wünsche euch einen schönen tag lasst gern leichter abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die glocke ist ihr kein weiteres video verpasst schauen wie ihr beschreibt dass das fliegt in den zimmer haut drin bis dann und ciao leute